Füge Gegner Schaden mit Evokrom Waffen zu. Also ich würde euch empfehlen, das Ganze in Gruppenkeile zu machen. Schnappt euch die Evokrom Waffen, verursacht dann 2500 Schaden den Gegner und schon habt ihr Phase 1 abgeschlossen. Phase 2 wäre dann, stelle den Fernseher ein, während du das Outfit beiz nutzt. Ihr müsst genau hier landen, wo vorhin die Tankstelle war. Geht hier im Gebäude rein. Am Ende vom Raum findet ihr da den Fernseher, betätigt die Taste und schon habt ihr Phase 2 auch erledigt.